Ganz im Sinne der GameStar will ich Anno 1800 und natürlich Ubisoft einen wunderschönen Geburtstag wünschen. So viele Jahre ist dieser Release schon her. Ich finde, da kann man sich auch mal richtig feiern lassen. Und eine wunderschöne Stimmung hast du verbreitet. Denn alle Aufbauspieler dieser Welt haben Anno 1800 gefeiert. Die Kaufzahlen waren super und mit guten bis sehr guten Mechaniken, neuen sowie alten Ideen und auch stellenweise wirklich guten DLC konntest du uns begeistern. Ich spiele dieses Spiel auch immer wieder und halte es wirklich für eines der besten Aufbauspiele, das mich immer mal wieder in sein Band ziehen kann. Aber er kennt mich ja. Er kennt den alten Omni. Ich würde jetzt kein Video nur dafür machen, um Anno 1800 hochleben zu lassen. Denn obwohl das Spiel mit seinen Mechaniken so gut angekommen ist, und das ganz klar zu Recht, erhebt sich hinter diesem Spiel ein Schatten. Ein widerlicher, allesverschlingerter Schatten, den man im Volksmund Ubisoft nennt. Dass Anno 1800 ein solcher Hit geworden ist, war absolut notwendig für Blue Byte. Denn die Reihe vom Entwickler Blue Byte hatte einige weniger erfolgreiche Titel hinter sich. Und sowas ist einfach nie gut, wenn man ein Studio unter den klebrigen Klauen von Ubisoft ist. Aber schauen wir uns einfach mal genauer an, wieso ich hier wieder mal so gemein und zynisch über Ubisoft rede und Anno den Geburtstag vermiesen will. Ubisoft mag es wirklich online zu sein. Aber gehen wir erstmal ein bisschen auf die Firma ein, bevor wir darüber reden. Ubisoft ist eine recht alte Firma und auch recht etabliert. Schon 1986 gegründet und direkt aus unserem Nachbarland Frankreich. Grüße gehen raus. Mit Rayman, das wohl die meisten ruhender Variante bekannt ist, die ich selber aber nicht gespielt habe. Aber fragt mich nicht zu viel. Gelang dem Unternehmen so ein kleiner Durchbruch. Richtig reich wurde es natürlich erst wesentlich später durch Assassin's Creed und Rainbow Six. Aber bereits 1996 ging Ubisoft den bösen Schritt. Den Schritt auf die dunkle Seite der Gaming-Industrie. Was natürlich bedeutet, ihr wisst es doch alle, dass das Unternehmen an die Börse ging. Im Laufe der 2000er kauft es dann einige für mich und hoffentlich auch für euch der wichtigsten Firmen und Marken. Mit Bluebyte, der Übernahme der Might & Magic Rechte und so weiter, gingen einige Aufbau- und Strategie-Giganten in den Besitz von Ubisoft über. Die Siedler, Heroes of Might & Magic und eben Anno waren bereits etablierte und geliebte Serien, die damit in die Obhut einer börsennotierten Firma übergingen. Bei der Anno-Reihe war das Ganze deutlich komplizierter, also wenn es um die Firmen geht. Aber ich will hier jetzt nicht mit Firmenübernahmengesprächen irgendwie übertreiben. Wichtiger ist doch, ihr überlegt euch mal selber, in welchem Zustand all diese Franchises, die ich gerade benannt habe, sind. Und ihr könnt eigentlich auch schon sagen, auch in welchem Zustand Assassin's Creed sich bindet. Aber das scheint ja noch einigermaßen zu funktionieren. Und natürlich hat das alles viele Gründe und ich will ein paar mal in diesem Video beleuchten. Und sicherlich waren diese Probleme nicht nur auf Ubisoft abzuladen. Das will ich nicht behaupten. Aber was ich behaupte, ist, dass es diesen einen Moment gab, der gesamten Firma und jedem Franchise, das sie eben betreute, den ersten Schubs in den Abgrund gegeben hat. Nämlich der Online-Zwang. Wer erinnert sich nicht, den Ubisoft schon vor ca. 15 Jahren in die alten Spiele, also mittlerweile alten Spiele, mit einem absolut grausamen System, mit diesem Ubisoft Connect eingefügt hat. Alles für die Kohle, da sie damit die Piraterie ihrer Spiele verhindern wollten. Die Ironie dabei war aber, dass sie danach, oder die danach gehackten Offline-Versionen, z.B. von Siedler Sieden, besser funktionierten, als die meisten dieser bezahlten Versionen zum Release. Wobei, Moment, ich habe natürlich niemals sowas betrieben oder sowas getan wie Piraterie. Nein, 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 vor allem nicht bei Ubisoft, auf keinen Fall. Ich habe aber davon gehört, von so dubiosen Kreisen. Dieser Effekt war also so gut wie gar nicht gegeben. Man konnte damit nicht die Piraterie verhindern. Und mittlerweile haben sie, wie es sich für ein gutes bürsennotiertes Unternehmen in der Gaming-Industrie gehört, den Launcher erweitert. Und er ist schon deutlich stabiler als damals zu den Zeiten. Was verglichen mit den Zeiten aber um Heroes of Might & Magic 6 und Siedler 7 kein großes Können erfordern. Aber ähnlich wie Origin ist dieses Programm in meinen Augen einfach nur eine Schande. Alles angeblich für die Benutzerfreundlichkeit, um alles auf einen Blick zu haben und tolle neue Features wie In-Game-Käufe bei Siedler 7 zu haben. Yay, es gibt nichts Benutzerfreundliches als über mehrere Launcher. Plus Online-Check, der meistens nicht funktioniert hat. Ein Spiel zu starten. Einfach herrlich. Also ich persönlich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Und wir sehen es doch jetzt auch wieder. Diese Bedenken sind kein Klick-Babe oder Geschwurbel. Gerade vor ein paar Wochen hat Ubisoft sich die Freiheit genommen, The Crew einfach aus der Bibliothek seiner bezahlenden Kunden zu löschen. Das nenne ich mal Benutzerfreundlichkeit. Ubisoft will euch motivieren, mehr an die Luft zu gehen, statt zu zocken. Das ist doch ziemlich cool, oder nicht? Was nicht so klasse ist, ist die Tatsache, dass dieses Spiel nur online gespielt werden konnte. Und zwar ganz klar nach Design von Ubisoft. Da brauchen wir nicht drüber zu reden, denke ich. Wieso gibt es bei einem Rennspiel nicht die Möglichkeit, offline gegen KI zu fahren? Benutzerfreundlichkeit oder doch Geld hier? Ihr dürft das ja selber entscheiden. Einfach mal eine sinnvolle und lustige Erklärung in die Kommentare schreiben. Gebt gleich ein Like, abonniert und aktiviert die Glocke, während ihr euch ein Meisterwerk der Eronie gegen Ubisoft ausdeckt. Ich will auch noch mal kurz festhalten, um das noch mal zu unterschreiben. Ich habe diese Videos schon von einem Monat im Kopf. Ich habe ja jetzt nicht unendlich Lebenszeit als voll arbeitender Mensch und bin ja auch nichts bezahlt. Von daher kann ich ja meine Gedanken immer schön äußern, wie ich will, gegen solche Firmen, was gewisse andere Formate nicht können. Aber ich finde es halt wieder so prägnant, dass meine wirken Gedanken, wo ich manchmal denke, du bist zu zynisch, doch immer wieder bestätigt werden. Dass Ubisoft sowas raushaut, zeigt doch nur noch mal, dass wir eben in einer Welt leben oder gerade mit solchen Firmen leben, die uns das Leben nicht besser machen wollen und uns auch keine besseren Konsumgüter geben wollen, sondern immer sich selber und ihre wirren Gedanken an erste Stelle stellen. Naja, lassen wir das einfach mal so stehen. Ihr könnt es mir ja glauben oder nicht. Ich will aber jetzt auch gar nicht großartig noch auf die sozialen Missstände eingehen, die Ubisoft aus seinem Bösewicht-Konto gesammelt hat. Durch abartigen Zustände scheinen ja schon zum Karten-Set einer großen börsennotierten Firma zu gehören. Ich stelle mir, ehrlich gesagt, da immer so eine Unterredung zwischen dem CEO von Ubisoft, EA und Blizzard vor. Und der geht ungefähr so, hey, ich habe mal wieder eine neue Art der Monetarisierung angefügt. Ich bin der Schlimmste. Das ist doch gar nichts. Ich habe wieder ein altes Franchise endgültig zerstört. Lächerlich. Ich habe wieder zwei Firmen geschlossen. Und Ubisoft erwidert dann jedes Mal nur noch, hold my beer und setzt wieder einen oben drauf. Ob die sich dafür wie Pfadfinder so Drecksackorten anstecken, verstören irgendwie der Gedanke, wie zum Beispiel Bobby Kotick, da mit seinem diabolischen Grinsen steht und stolz sein Abzeichen für sexuelle Belästigung in der Firmenstube annimmt. Während Yves Jumont schon in der Schlange auf sein Abzeichen für widerrechtliche Produktklau wartet. Und wehe, einer mault mich wegen der Aussprache von diesem Namen an. Ich habe es versucht. Lass mich in Ruhe. Das Ganze hat ja mittlerweile Ausmaße angenommen, dass wirklich schon Gesetzesinitiativen von Bürgern gescharrt werden über Stop Killing Our Games. Und das zum Beispiel in Australien jetzt hier mal einmal verlinkt. Dass natürlich Ubisoft sowas machen kann, ohne irgendwie rechtlich belangt zu werden. Das war ja irgendwie klar, sind wir ehrlich, auch wenn es ein Recht dafür gäbe. Ubisoft hätte sich da schon rausholen können. Wir leben ja schließlich nicht in einem Staat, wo jemand sich vor Gericht nicht mit gewisser Machtpositionen behaupten könnte, wenn es um sowas wie Spielabsätzen geht. Das ist ja ganz klar. Es geht ja da eher um eine Prinzipiensache, die so eine Firma oder so Publisher einfach nicht verstehen. Diese Initiative will ja eben auch Spiele, Franchises retten. Und das ist ja genau das Problem, was wir bei Ubisoft haben. Diese Franchises sterben. Und schauen wir uns doch einfach mal das Ergebnis dieser ganzen Teufeleien auch rückwirkend an. Denn wir werden wahrscheinlich niemals mehr den Tag erleben, an dem ein neues und namensgerechtes Heroes of Might and Magic erscheinen wird. Während Heroes of Might and Magic 5 noch überzeugte und für viele auch das Favorite war, trotz auch einiger Bugs und Unzulänglichkeiten, war Heroes of Might and Magic 6 derart runtergebrochen und packt verseucht, dass auch ein besseres Heroes of Might and Magic 7 nichts mehr im Untergang der Entwickler wahrscheinlich und eben auch des Franchises ändern konnte. Und auch das Spiel war ziemlich verbuggt eigentlich. Hatte eine sehr steril wirkende Kampagne. Man merkte, da war auch nicht mehr viel Freiheit hinter. Und diese Bugs von Heroes of Might and Magic 6 und 7 waren offensichtlich, zumindest in meinen Augen offensichtlich, auch ein Resultat dieser Software, die diesen Online-Zwang aufrecht erhielt. Denn dieses Ubisoft Connect war wirklich eine Katastrophe und hat natürlich auch viele Spieler berechtigt abgeschreckt. Genauso wie all diese ganzen DRM-Sachen und diese Always-On-Geschichten. Ganz klar. Noch einen schlimmeren Untergang erlebt Siedler in meinen Augen, dass er noch immer als untote Variante auch hinter dem Leben vermarktet wird mit diesem neuen katastrophalen Ableger. Und man muss fairerweise sagen, dass man nicht mehr davon ausgehen kann, dass die Entscheidung für zum Beispiel Siedler 5, was ja so den, ich sag mal, Bruch jetzt einfach mal dargestellt hat, von Ubisoft kam. Das muss man fairerweise behaupten. Aber dass die Firma gnadenlos diese Marken auspresst über Free-to-Play-Versionen und den Namen auf Produkte klatschen will, um einfach nochmal mehr Geld aus eben diesen Lizenzen zu quetschen, ist einfach traurig und absolut Ubisoft schuld. Die Entwickler hatten und haben doch Auflagen zu erfüllen, die in der vorgegebenen Zeit einfach nicht leistbar waren oder zumindest jetzt nicht mehr sind. Absolut nicht mehr. Und das mit der ständigen Angst, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, wenn das Spiel hinter den Erwartungen zurückblieb. Und diese Erwartungen wurden ja immer größer und lächerlicher, da eben Investoren ein ständiges Wachstum der Erträge wollen. Was natürlich kompletter Irrsinn ist. Es kam eben, wie es musste. Eine immer schlechtere Spielequalität und Massenentlassungen. Aber keine Sorge, also bevor ihr euch wirklich jetzt richtig Sorgen macht, die CEOs und die Investoren schwimmen noch immer im Geld. Also da könnt ihr euch ganz beruhigt zurücklehnen und entspannen. Und dabei kann ich sagen, dass es trotz diesen ganzen Hunden immer so eine kleine Stimme in mir sagt, hey, aber Omni, Ubisoft hat die Firmen doch anfangs sicherlich gekauft, um die Franchises am Leben zu erhalten. Und irgendwo will ich das auch glauben. Denn die Vorstellung, dass diese Firmen schon so früh derart korrupt waren, ist einfach schrecklich. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel Heroes of Might & Magic oder generell das Franchise Might & Magic vielleicht ohne Ubisoft gar nicht mehr existiert hätte. Es kommt einem so vor, als wenn eben zu der Zäsur, wo der Online-Zwang eingeführt worden ist, sich etwas maßgeblich bei der Firma geändert hat. Aber das ist natürlich nur ein Gefühl, keine belegte Meinung. Für mich wirkt es jedenfalls so. Moment, da war doch noch was am Anfang des Videos. Ach ja, herzlichen Glückwunsch, alles Gute und alles Tolle, liebes Anno1800, Bluebyte und Ubisoft. Mögest du noch ein langes und erfülltes Leben haben, Anno. Und zu deinem Jubiläum kannst du einfach mal die Särge mit den kleinen Wuselsiedlern übersehen und es dir so richtig gut gehen lassen. Denn immerhin haben es die Entwickler der Anno-Reihe geschafft, um aus der Firma nochmal auszuweichen. Und das gönnen wir, oder ich zumindest, Bluebyte als deutsches Unternehmen natürlich. Ich würde nämlich behaupten, dass der Firma ein schlimmeres Schicksal nach den Exkursionen in die Zukunft mit 2070 und 2205 blühte. Wobei wir uns hoffentlich alle einig sind, dass die Qualität dieser beiden Spiele dennoch weit vor dem lag, was zum Beispiel das neue Siedler auf den Tisch legte. Und trotz all des Zynismus, der Ironie und auch der Bitterkeit, ist es mehr als gerecht, die Entwickler für ihr Können zu loben. Denn trotz all dieser Umständen, die ich hier aufgezeigt habe und die ihr wahrscheinlich ja auch irgendwo schon mal gehört habt und die ihr mitbekommen habt und die Ubisoft ganz klar mit- oder hauptverursacht hat, haben es die Entwickler geschafft, ein absolut klasse Spiel zu schaffen, das durch meist sinnvolle Ergänzungen auch immer besser wurde. Stellt euch einfach mal diese Leistung in eurem eigenen Alltag vor. Ihr sitzt auf einem Stuhl, der auf einer Falltür steht und unter der Falltür ist ein Becken voller Haie. Währenddessen brüllt euch ständig von der Seite ein Investor an, der euch darauf hinweist, dass gewisse Erwartungen an die finanzielle Leistung gestellt werden. Hinter euch steht noch der CEO mit einer geladenen Waffe, nur für den Fall. Und trotzdem schafft ihr es, ein Spiel mit so einer Qualität zu erstellen. Hätte ich Animationskünste auf Lager wie Jules oder irgendjemand mit ähnlichen Kompetenzen, dann würde ich euch das besser verbildlichen, ganz klar. Das ist jedenfalls eine beeindruckende Leistung für deutsche Spielefirmen und ich finde, dass Blue Byte damit fast schon eine einzigartige deutsche Spielefirma ist. Mir persönlich reicht es nämlich schon, wenn mir eine Person an einem Arbeitstag auf die Nerven geht, dann leidet meine Arbeitsqualität schon deutlich. Also ganz ohne Ironie. Bitte, bitte, bitte überlebt weiter diesen Shitstorm namens Ubisoft und beschert uns weiterhin wunderbare Spiele im Anno-Universum und lasst wenigstens nicht dieses Franchise auch noch sterben. Ich habe ansonsten auch gehört, dass Hooded Horse ein recht guter Publisher ist. Könnte man ja durchaus mal in Erwägung ziehen. Vielleicht könnt ihr euch ja freikaufen, zwinker, zwinker. Fände ich ganz gut. Sei es drum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne euren Senf und eure Liebe vor allen Dingen da. Bis zum nächsten Rent.